Ich habe gerade einen wunderschönen Strandspaziergang gemacht. Ich kann schauen, da geht es kilometerweise weit nach hinten. Und am Strand entdeckt man immer wieder ganz viele Muscheln. Unglaublich unterschiedliche, schöne Muscheln. Von Lilla, Rosa, Weiß, Braun, Grau, Spitze, Runde. Eine Muschel habe ich gefunden, die ist allerdings kaputt gewesen. Und die hat obendrauf so ein Muster gehabt. Also wirklich faszinierend. Und es hat mich daran erinnert an unsere Einzigartigkeit. Und ich glaube, das dürfen wir uns immer wieder aufs Neue bewusst machen. Dass wir, jeder von uns, wirklich absolut einzigartig ist. Einmalig. Und jeder von uns hat unglaublich viele Fähigkeiten und Stärken mitbekommen. Und wenn wir uns jeden Morgen, wenn wir in den Spiegel schauen und uns anlächelnd daran erinnern, dass wir ein Geschenk sind für die Welt. Ich glaube, dann geht es uns besser und geht es jedem besser, der mit uns zu tun hat. Ich freue mich, wenn du reinschreibst in die Kommentare, welche Stärken und Fähigkeiten wir geschenkt sind. Und vielleicht magst du ja auch den anderen, wenn du einfach so einen Blick drauf wirst, eine kurze Rückmeldung, ein kurzes Feedback geben, was du denkst, was ihre Stärken und ihre Fähigkeiten sind. Zwei, drei Stärken und Fähigkeiten von dem anderen. Schau einfach das Bild an, spür in dich rein, was du denkst, was der andere für Stärken und Fähigkeiten hat. Und denk dran, du bist ein Geschenk für die Welt.